Weißt du was, du bist ja eine Spaßbomse. Fuck you, Raffi. Start die Runde Abfahrt. Schreibe ich dir auch gar nicht. Ich habe aus Versehen die Unterwäsche von meinem Vater mit eingepackt. Schade. Das ist Maggie. Warum schreibst du mir sowas? Viel Spaß. Bist du traurig, dass ich dir nicht geschrieben habe, Raffi? Viel Spaß. Ich habe Raffi gefunden. Ich habe extra ein bisschen gewartet, damit es kein Bait ist. Ich weiß nicht, ob ich lange genug gewartet habe, aber ich habe gewartet. Nur wegen dem Küssen. Was? Nur weil sie gerade geküsst hat. So. Ähm, ich muss kurz gucken, wie der Raum hält. Ähm, Navigation. Atlas, es geht! Tanto, die ist bei mir, ähm, NetBait. Das kann ich bestätigen. Die waren gerade in Riesenhauten in O2. Ich habe in O2 nur Kodai behalten. Polanes! Und Ferzi war vor mir in O2. So hat die auch gesehen. Ja, ich bin auch in O2 gewesen. Ich weiß noch nicht, ob Ferzi zum Schluss noch in O2 war. Ich stand ein bisschen unterhalb. Okay. So, Ferzi, Koda, ich und... Ich war auch in O2. Okay. Ich glaube, vier Leute waren in Navigation, wenn ich mich sehr erinnere, Liddymond, Smaggy. Und zwei sind noch da reingefuscht. Das weiß ich noch, aber... Oh, Gott. Smaggy war in Navigation? Ja. Ich bin jetzt gerade in Shields. Also, er ist auch an mir wieder vorbeigelaufen, wieder raus. Glaube ich zumindest. Aber dann ist halt auch alles schwarz, also alle Menschen sind schwarz geworden. Also, du sagst, Smaggy ist potenziell Killer. Ich weiß es nicht. Möglich. Ist er jetzt an dir gestorben oder war schon da? Smaggy hat in Raffi reingestochen? Also, es waren ja alle diese Blob-Männchen in schwarz. Und dann ist einfach einer umgekippt. Also, hier ist reingesprungen, dann ist er die umgekippt und der ist in Wend gesprungen. Und ich weiß nicht. Weil schwarz. Smaggy ist dann in den Wend rein und von Navigation in die Maschine. Nein! Smaggy ist ja vorher an mir rausgelaufen und mir vorbei einfach zurückkommen können. So, Alice, äh, sass. Ja, ich krieg drei Votes für Alice. Ich steh mit den drei Leuten. Ich steh mit drei Leuten in der Tür. 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 Ich werde nie Simon Says fertig schaffen. Deswegen fange ich es erst gar nicht an. Smegi, ich habe das gesehen. Was denn? Du bist auf Zaubi draufgesprungen, bevor Kamo anging. Nein, Zaubi ist an mir umgefallen, der hat auf mich geschossen. Zaubi wird Shadow sein. Du bist da draufgesprungen und dann ist Kamo angegangen. Atme tief durch, schriechst die Augen und erinnere dich an die Momente, als Zaubi umgefallen ist. Dann wirst du dich daran erinnern, dass ich nicht draufgesprungen bin. Ich komme gerade aus der Task raus, sehe, wie du auf ihn drauf springst und dann geht Kamo an. Wo denn? In der Leckflücke. War noch jemand bei dir, Bella? Ich war da, aber ich war gerade beim Download und da habe ich es nicht gesehen, also sehen können. Ja, also ich habe halt nur registriert, dass noch einer oben in der Ecke stand. Also nur ihr drei wart da drin? Hier. Ja, mit den Leichen, ne? Ja. In Leichen oder in alle? Also ich habe halt gesehen, wie es Maggie auf Zaubi draufgesprungen ist und dann auf ihm drauf steht und ich stehe ein Füßchen daneben. Nein, ich habe gewartet. Guck mal, ich dachte mir, also Zaubi hat sich an mir geschossen. Doch, 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 doch. Zaubis hat mir umgefallen und dann wollte ich erst warten, quasi bis die Baitzeit vorbei ist. Und dann wollte ich reporten und da Kamo angegangen ist, wollte ich noch mal warten, bis Kamo vorbei ist. Das hätte ich auch reportet. Dann warst du das doch in Navigation. Du bist so ein Mogler. Nein, 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 nein. Aber was mich jetzt gerade wundert, dass du sagst, ist, dass er sich an dir erschossen hat und nicht, dass du eventuell gewarrlockt bist. Ne, weil Zaubi hat unter Proff mich geschossen. Zaubi stand erstmal mit Dark Spider links am Vent, dann kam er zu mir, hat zwei, drei mal gewiggelt und ist dann umgefallen. Er hat nicht gewiggelt. Doch, doch. Ich werde skippen, also Bella hat den Kinn nicht gemacht, Zaubi ist umgefallen. Wo ist Nico? Wo ist Nico jetzt? Mad Bay. Mad Bay. Weil es ist ja noch jemand anderes gestorben, oder? Ja, da ist gerade jemand durch mich durchgelaufen, in Mad Bay. Wir müssen das nicht bestätigen können. Ich war halt ein Blob-Upper. Weil Ferzi dürfte entweder auch in der Elektrikel gestorben sein oder in Storage. Ich war ein, okay. Vielleicht ist es auch schon bis Communication oder Abnehmen gekommen, aber eher Storage. Verwundert mich auch gerade. Ich hab sogar überlegt, ob ich mich nicht einfach vergesse, wenn ich eh fliege. Und wenn ich nach unten habe. Ja, ich habets noch keine Mase. Ich bin aus, was nicht schlecht. Alles da einfach. Das war doch weil ich hier. Ich bin aus. Ich bin aus. Ich bin aus. Oh, was ich sagt, meine Leute? Ich bin aus. Ich bin aus. Zeige. Ich bin aus. Fisch. Dass ich es nicht. Ich bin aus. Ich bin aus. Nico, als ob mein Reaktor war, wo bist du denn hingelaufen? Ich bin nach oben, weil ich Smei gesucht habe. Ich habe Smei gesehen, wo der Reaktor eingelaufen ist, dann war ich bei Camps und jetzt bin ich wieder reingelaufen und Smeiki war weg, keine Ahnung. Hat Nico zu Ali getötet, weil er ihn gesasht hat? Ich habe doch gar nicht zu Ali gesasht, er hat mich gesasht. Ja, das meint sich auch genau so. Ja, ich habe doch nur gesagt, wo ich war. Also ich war ja nicht da. Man konnte es auch bestätigen, ich kam ja vor ein Upper Engine. Also die Person hätte jetzt echt saiden müssen. Also ich habe Lichter gefixt, ich war mit Koda in Electrical und bin jetzt um an die Task. Aber ich muss da noch einmal eine Aussage ein bisschen verdienen. Also von letzter Runde der Kid, der muss, wenn du wirklich nicht gefehlt hast, muss es in Warlock gewesen sein. Es muss. Boah, dann in Warlock kommen einige in Frage. Wir sind als Schar in Electrical reingelaufen. Also wirklich, da waren richtig viele. Und dann, deshalb, also ich habe wirklich gedacht, dass Zauber auf mich geschossen hat, weil er wirklich gewiggelt hat vorher. Ja. Also deshalb bin ich davon ausgegangen, weil auch Swali so unnötig auf mich gepusht hatte. Aber mehr kann ich nicht sagen. Also wenn Warlock, dann kommen super viele in Frage. Und das müsste auch der ein oder andere bestätigen, weil wir ganz viele waren im Electrical. Aber hatte Bella nicht gesagt, dass sie dich killen hat sehen? Oder? Ja, aber sie hat sich verguckt. Nein, habe ich nicht. Also er hat schon recht, es waren schon echt viele in Electrical. Aber, also ich bin immer noch der Meinung, dass du drauf gesprungen bist. Bin ich aber nicht. Aber ich, also ich kann sagen, Bella hat den Kinn nicht gemacht. Äh, Dark Spider hätte maximal beißen können, aber ich glaube auch nicht. Also entweder wurde ich wirklich gewollt. Ich weiß nicht, ich bin gar nicht. Achso, ja okay, okay, entspannt euch. Bleiben kaum mit. Ich kriege jetzt vier Votes. Okay. Mhm. Ja, wen töten wir denn jetzt? Ja, jetzt irgendwann mal verwendet ihr noch, ich habe euch aber nicht zurück im Bild. Es geht das, was ich weiß, was ich dazu verwendet habe? Ja. Ja. Ich bin nur in der Knappe, dann ist ein Minukatur. Aber ich bin einfach mit meinem Knappe. Ich bin nur in der Knappe. Du bist. Oh, was ein Klick. Also, drei Leichen liegen genau bei Navigations und die drei könnte ich auch alle rausnehmen, weil die waren alle bei mir im Lightfix und ich denke, dass es Smaggy und Visa sind. Nein, 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 nein. Guck mal, ich guess mal Visa auf Camouflage ab und mach nochmal den Assi-Woof von gestern. Warte, Visa hat versucht mich zu töten? Das ist ein Schild. Na, Nico? Ne, ne, das fand ich. Ich hab den. Achso! Ja, Ehre, Kodai. Du hast dein Schild gehabt. Ich dachte so, bevor du wieder am Anfang stirbst. Danke. Ja, toll, Kodai, toll. Ja, Lili, haben wir gut gemacht. Bingoaja. Bingoaja. Hahaha. Fals раз. Ha ichographic Absitzung? Skalbart, Schildern und B유�арт. Vielen Dank.